Er sagt, er habe den Song, den er gleich spielen wird, in 10 Minuten geschrieben. Ich denke, er hat auch aus lebenslanger Erfahrung geschöpft. Er hat gerade erst seine Band zusammengestellt. Wie lange ist diese Band jetzt zusammen? Das ist unser zweiter Auftritt. Der zweite Auftritt überhaupt? Ja. Das ist fantastisch. Man wird es auch hören. Besser geht's nicht. Der zweite Auftritt überhaupt und dann gleich im Fernsehen. Paul Westerberg. Untertitelung des ZDF. 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 Untertitelung des ZDF.